Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers von Mars und willkommen im neuen Jahr. Wir wünschen euch natürlich allen ein gesundes neues Jahr. Prost Neues, hey! Wie ihr seht, wir sind wieder natürlich im Flugsimulator. Damit müssen wir einfach das Jahr beginnen und natürlich auch mit einer Challenge. Aber der Simon möchte euch gern was zeigen. Dann müsst ihr in die Kamera hier gucken und einmal nach unten und dann kommen wir hier an mit meinen Fingern. Ja. Ja, der Simon hat nämlich jetzt auch einen Joystick und endlich ist es Challenge Time auf Augenhöhe. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja, und wir schauen, ob es heute besser wird oder eher schlechter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Anfangen tun wir in Portimao. Gott, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Aber ist auch komplett egal. Los geht's. Wir machen wieder Best-of-3 auf derselben Land-Herausforderung. Wir fliegen versetzt, damit es besser für den Schnitt ist und damit ihr mehr zu gucken habt, sozusagen. Willst du anfangen, Simon, oder wer soll anfangen? Nee, du fängst an. Ich hab Stinkstankstuck gewonnen. Ja, okay. Alles klar. Ich war nicht dabei, aber ja. Alter, ey. Es ist einfach eine Kurve. Geil. Sag mal, wenn ich starten kann, ne? Ja. Dann starte ich. Hier sind Weicheier und wir gehen in die Außenansicht. Ach da, ich bin schon parallel zur Landebahn. Okay. Ich hab grad wieder die Landebahn suchen müssen, ne? Schau, dass du sie gefunden hast. Kleinen Tipp, Simon. Hm? Links vor dir. Links. Links. Ah ja, okay, cool. Danke. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben hier so schöne Handcams. Da könnt ihr auch sehen, wie wir mit unseren Joysticken agieren oder alles falsch machen. Natürlich. Simon, du kannst starten. Ah, geil. Ja, cool. Danke. Ja, ich kann mit meinem Joystick hier so ein bisschen die Kamera bewegen. Ist ganz geil. Ihr seht's mit dem Daumen. Ich will dir jetzt keinen Tipp geben, aber der Anflug ist doch rechts. Ja, okay. Ja, wir haben gerade vor dem Video schon ein paar Einstellungen gemacht. Ich wollte so fair sein und hab dem Simon verraten, dass diese Maschine auch einen Gegenschub besitzt. Falls ihr das in den Einstellungen sucht, wie heißt es nochmal? Umkehrschub, ne? Umkehrschub. Ich hab das auf jeden Fall hier auf dem Schieberegler. Mach ich jetzt nicht in der Luft. Ich hab tatsächlich die Landebahn noch nicht gefunden. Echt nicht? Du bist rechts, äh, links von ihr gestartet. Du musst einmal kompletten U-Turn machen. Ach so. Du verarschst mich jetzt, oder? Ach, da ist sie. Ich seh sie. Okay. Ah, ja, 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 okay. Okay, ich bin viel zu schnell. Ich mach schon mal den Gegenschub an. Kannst du doch gar nicht im Fliegen. Oh Gott, ich hab aufgesetzt. Scheiße. Oh nein. Meine Maschine ist ausgegangen. Ich bin bei den Müllers im Haus. Oh, das ist schlecht. Ah, okay. Das sind Nullpunkte für mich. Naja, mal gucken, ob ich mehr Punkte, äh, bekommen. Okay, was hab ich falsch gemacht? Ich war viel zu schnell. Und ich hab keine Höhe verloren in der Kurve. Ich muss in der Kurve schon runterkommen. Ich flieg nach Gefühl. Flieg du mal nach Gefühl. Davon hab ich genug. Für euch alle. Da draußen. Ihr kleinen Mäuschen. Was ich bei mir gemerkt hab, ist, wenn ich meinen Gashebel ganz nach hinten mach, geht der Motor aus. Das muss ich auch nochmal ausstellen. Oh, ja. Ich bin gerade über den Fluss. Und... Hat auch gar keinen Fluss. Ah, jo. Stimmt. Falsche Landebahn. Scheiße. Liegt bei dir auch Schnee? Ja. Oh. Okay. Uh. Haha. Ich setz gerade auf. Ja. Bitte hart. Nö. Hart und heftig. Tatsächlich nicht. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so? Nicht so schlecht. Ja, Punkte krieg ich auf jeden Fall. Ja, ja, weiß ich. Das Haus von dem Müllers ist direkt hinter der Landebahn. So weit komm ich gar nicht. Ich bin nur bis zur Hälfte gekommen. Mit Gegenschuh? Nee, ohne. Hör mal, ich hab heute eine Premiere. Premiere. Sag, sag, sag. Immer eine Million Punkte. Easy. Eine Million, ah, schlucken wir. Immer. Ja, aber hab ich noch nie geschafft. Also doch, jetzt letztes Mal schon. Doch, hast du schon. Ja, hab ich schon, aber noch nie. So jetzt gerade der Challenge. Eine Million 85.000 hab ich. Das ist meine Hausnummer. Gute Anfang. Ich leg schon wieder direkt los, ne? Ja. Ja, mach. Ich geh raus aus dem Menü. Ist man eigentlich piepen? Ist eine andere Sprache. Ich piep's einfach mal sicherheitshalber. Woher kommen die Delfine? Muss ich dann auf Neustart drücken? Ja, ne? Oder darf ich noch nicht? Ne, ne. Einfach Alt-F4-PC runterfahren. Witzig. Sorry, ich kann mit diesen dummen Fragen nichts anfangen. Okay, ich mein, ich weiß jetzt immerhin, wo die Landebahn ist. Ey, ich dachte, du verarschst mich. Ne, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht. Das ist immer so, ne? Du hast so ein Bild vor dir und das Bild zeigt dir genau, wo du hin musst. Und dann bist du in der Luft. Ja. Alles gelöscht. Alles gelöscht. Keine Ahnung. Okay, soll ich auf Neustart drücken und kann ich losfliegen? Ja, kannste, kannste. Ja? Ja, kannste. Sorry. Ich merke mir jetzt mal hier, ich fliege bis kurz vor diesem Gewerbegebiet, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Hier sind so Wassertürme. Und dann gehen wir jetzt in die Kurve. Schön langsam, Philipp. Schön langsam. Piano. Piano. Manche Leute sagen ja, ey, aus dem Cockpit kriegst du viel besser hin zu landen. Ja. Und langsam bin ich auch so der Überzeugung oder an den Punkt gekommen schon öfter, wo ich sage, ja, irgendwie hast du recht. Weißt du noch in dem letzten Video vor Silvester, wo ich durch den Eiffelturm geflogen bin? Ja. Also unten drunter, ja? Ja, ja. Oh Gott, ich quatsch schon wieder zu viel. Nee, nee, erzähl ruhig weiter. Ja, 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 ja. Äh, Flaps full, ne? Flaps full. Nee, nee. Doch, Flaps immer full. Da habe ich auch aus der Cockpit-Ansicht gemacht. Aber ist schon geil mit so einem Knüppel in der Hand, du. Ja, okay. Und, äh, gefühlt bin ich da an den, mit den Flügeln angeschlagen. Könnte ich schwören. Ja, Baby. Dann hat es ja eigentlich einmal Dong gemacht. Oh, ich glaube, das war sehr, sehr gut. Okay, da bin ich mal gespannt. Oh, ich glaube, das war sehr gut. Das war ein bisschen zu früh aufgesetzt. Okay, sehr gut nicht. Aber? Punkte. Oh, unsere Punkte werden gezählt, Simon. Ui, das Spiel funktioniert. Ja, habe ich auch gesehen gerade, dass unsere Punkte endlich gezählt werden. Ich hoffe, unsere anderen Punkte werden auch nachträglich reingemacht jetzt. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Danke an Microsoft übrigens. Vielen Dank. So, bist du schon gelandet? Ja. Ich bin schon gelandet, habe schon Punkte bekommen. Okay, und? Gut. Ähm, ich bin 40 Punkte besser als du. Oh, ja. 1.000, äh, 1.122.000. Ich habe mich so gefreut. Jetzt kannst du eigentlich nur schlecht werden tatsächlich. Okay. Also, ich bin jetzt gerade wieder... Erzähl mir doch mal eine Geschichte, Simon. Welche denn? Das ist mir egal. Warte, was hattest du heute zum Mittagessen? Äh, ich habe gerade ein paar Pommes gegessen. Zum Frühstück? Ein paar Pommes habe ich mir in der Heiz zu frühstücken gemacht. Du hattest Pommes zum Mittagessen, zum Abendessen und zum Frühstück? Ja. Das Einzige, was ich heute gegessen habe, war Pommes. Gut. Gut. Wenigstens immer andere Soßen dabei? Ja, einmal Mayo, einmal Ketchup. Oh. Ja? Ja? Oh. Oh, ich liebe Ohm. Ja, ich... Ja, das war... Schidde. Ja. Das war Schidde. Nee, das war Schidde. Das war Schidde. Das war Pommes. Kann man auch sagen, das war einfach Pommes. Das war Schidde. Okay, ich gehe schon mal in den Neustart, ne? Ja, absolut. Ich gehe schon mal in den Neustart. Naja, nee, das war... Der Anflug war schon Mist. Nee, nee. Hast du Punkte bekommen? Ja. Fick mir da 52 an. 52 Millionen? Nein, 52.000. Okay. Ja, ey, ey. Nein, das war jetzt... Naja. Man könnte es ja auch wieder ein bisschen drehen noch und beim nächsten Mal vielleicht oder bei einem anderen Mal vielleicht machen, dass wir so Punkte sammeln. Ja, ja, okay. Haben wir ja schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht, ja. Aber halt nicht bei derselben Lande, Mann. Obwohl ich Best of Three schon eigentlich ganz gut finde hier. Ja. Könnt ihr gerne mal euren Senf zugeben? Simon, Pommes mit Senf? Boah. Ich mag gar keinen Senf. Du magst generell keinen Senf? Nee, nicht so gerne. Doch, zu einer guten Rostbratwurst kann man nochmal Senf. Ja, du bist auch so eine Wurstmensch. Ich, ah, ich... Obwohl ich auch Ketchup bevorzuge. Aha. Aber den normalen Ketchup. Einfach Tomatenketchup. Nee, ich Curryketchup. Curryketchup. Echt? Ja, 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 ja. Boah, ich stehe auf die einfachen Sachen, die gut gemacht sind. Nee, okay. Komm, du hast irgendeinen Spruch auf Lager gekommen. Nee, alles gut. Ich geb dir eigentlich nochmal einfach oder so. Okay. Okay. Ey, jetzt mal ehrlich, ne? Kann man bei so einer anderen Herausforderung eigentlich einmal um die Welt fliegen und dann landen? Oder ist irgendwann irgendwann eine Zeit abgelaufen? Ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren. Wie ist es denn eure Erfahrung mit einmal um die Welt fliegen? Mir kommt gerade eine Idee, Simon. Lass mal einmal um die Welt fliegen, Alter. In so einem Stream oder so. 24 Stunden streamen. Nee, schafft man das? Mit einem Darkstar? Ich hab ja eh vor, mal irgendwann 24 Stunden Streams gemacht und du willst ja nicht. Ich will ja nicht. Ah, du kannst übrigens schon starten, ne? Ich bin schon in der Landung drin jetzt. Achso, ich bin schon längst gestartet. Ja, gut, gut. Wusste nicht, dass du so selbstständig geworden bist. Doch, doch. Ja, ja. Ja, ja. Frau hat mich angerufen, ich soll starten. Bruder. Oh Gott. Falsche Taste gedrückt zum Bremsen. Das war ein bisschen hart, aber war halt zentral auf den Punkt. Und das Rollen, ne? Das klappt mit der Maschine richtig gut. Nein. Weniger Punkte. Ja, war zu hart. Wir gucken mal einmal in die Punkte. Ja, Präzision gut. Reibungslosigkeit, ja. Reibungslosigkeit haut rein. Muss ich einfach sagen. Ich bin ein bisschen hoch, ey. Ich muss mal runter. Wenn du hast da einen rechten Stick, den kannst du nach vorne drücken. Achso, Mann. Wieso erklärt mir das denn keiner? Ja, ja, sorry, sorry. Ja, ich wüsste ja auch das erste Mal, dass ich richtig hier mit dem Ding jetzt fliege, übrigens. Muss ich ja nochmal dazu sagen, ne? Keine Ausrede, aber... Klingt fast so, ne? Ich lüge. Hä, was? Hä? Ich hab's auch stumm geschaltet. Hm. So, jetzt schön. Easy peasy. Sag nicht Lemon Squeezy. Nee. Danke. Nichts Lemon Squeezy. Einfach schön landen jetzt. Schön. Ja, komm. Schön die Landebahn. Die winkt mir zu und schmeißt mich gleich. Nachdem sie mich gekaut hat. Einfach schön ausgespuckt wieder. Schmeißt sie mich hier runter. Oh, das war ein bisschen hart. Ah, ist der Gegenschub. Ach, rollen wir auch nicht gut. Ja, ich glaub, ich hab mich nicht verbessert, aber zumindest hab ich nochmal ein bisschen mehr Punkte bekommen als gerade. Ja, nee. Verbessert hab ich mich nicht. Verbessert hab ich mich jetzt nicht. Aber, ich glaub, so knapp war's noch nie. Ich find's schön, ja. Schönes Ergebnis. Wir sind sehr eng beieinander. Ja. Von den Punkten her. Weißt du, was ich gerade herausgefunden habe? Nee. Kann mir in meinen Kameras selber ein High Five geben. Geil. Und damit, Leute, danke fürs Zusehen. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Lasst gern ein Abo da, wenn ihr das noch längst nicht getan habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einer neuen Landeherausforderung. Ich hab nämlich Urlaub und wir machen jetzt im Anschluss direkt eine neue Challenge. Deswegen werden wir auch dieselben Sachen anhaben. Außer der Simon ist sehr eitel und hat die Garderobe neben sich. Ich mach gleich Oberkörper frei. Alles klar. Dann wird niemand einschalten. Wunderbar. Wunderbar. Schau rein, Leute. Ciao. Schau rein. Tschüss. 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 Ciao. Brüssel.